Kurze Einlager, bis jetzt! Hallo und herzlich willkommen! Frag mal, der lag da, ähm... Wo lag der Mann? Bleib mal hier stehen, ein bisschen. Schau dich, schau dich in die andere Richtung. Ich schau über die Mauer. Der lag, ähm... Direkt vor mir. Ja, hast du mich erschossen, Mann? Ja, das... äh... ist... äh... ja. Ich wollte halt weglaufen, Mann. Ich dachte zuerst, es wärst du. Ich hab ja gesagt, wo liegst denn du? Wo bist denn du? Und dann dachte ich, ah ja, okay, da ist er ja. Und dann warst es aber gar nicht du. Da ist ein Zombie. Vielleicht läuft der zu dem und dann muss der weglaufen. Schau du dich hier hinter der Mauer alles um. Ich schau vor der Mauer alles. Versuch ich zumindest. Soll er in beide Richtungen oder was? Da, er kommt. Da läuft er. Und läuft er? Auf jeden Fall getroffen. Wo ist der? Da, er läuft hier an der Mauer entlang. Er ist hier an der Mauer. Er läuft nach links da, vor mir, weg. Ich hab keinen Plan. Ich hab einfach nur geschossen. Ich auch. Okay, ich bin in so einem Busch drin. Du siehst mich vielleicht. Nicht wirklich. Ich seh ihn. Er läuft. Er läuft bei den Baracken, ist er. Ja. Laufst du links rum. Ich lauf rechts rum. War zu spät. Passt doch. Du bist richtig. Du bist richtig. Passt. Passt. Ja, der sieht uns aber. Ne, wir sind hier kacke. Wir sind hier richtig kacke. An den Baracken sieht er uns natürlich richtig gut. Okay. Der ist immer noch an der ersten, zwischen den beiden Baracken. Bleib mal da. Gibst du mir Deckung, dann lauf ich vor. Ja, da sind zwei Leute. Hast du ihn? Der ist glaube ich tot, oder? Ja, ich hab... Ah, da müsste noch einer sein. Da müsste noch einer sein. Genau da. Genau da, wo er gerade gestorben ist, müsste noch einer sein. Ich schieß nochmal auf den. So, bleib da, bleib da. Ja, aber ganz rücklang. Ähm, geh mal weiter an der Mauer entlang. Ich geb dir ein bisschen Deckung. Auch hinter uns schauen ein bisschen. Also ich versuch's aber. Ist alles nicht so einfach. Wie gesagt, zwischen den Baracken müsste eigentlich noch einer sein. Ist niemand. Ich geb dir Deckung, ich zieh grad bei dir. Schau mal um die Baracken rum, dann müssten wir alles abhaben. Alles abgesucht. Ich seh niemanden. Dann was waren das dann für Vollidiot? Dann check ich's nicht. Okay, dann loot ihn mal. Ich geb dir Deckung. Aber zwischen den Baracken stehen bleiben und dann von da aus ungefähr looten, wenn's geht. Weißt du wie ich mein? Ah, das ist toll, ja. Ich seh ihn. Immer so. Ich le- ich, Kniemchen. Ja, ich seh dich. Boah, verdammt. Ne Mosin mit Scope. Krasser Shit. Ah, das Scope ist wahrscheinlich hin, oder? Moment, wo ist das? Die kannst du ja beide hinnehmen. Die Mosin ist ja... Ah, ne. Hä, die Mosin ist verschwunden. Der Typ ist verschwunden. Leck mich doch am Arsch. Okay. Ey, das ist doch kacke. Der Dr. J war das. Dr. J... So verschwinden die Leichen immer so. Der ist wieder drin. Er ist wieder drin. Aber der kommt, der wird dann... Der ist wieder raus. Ist schon okay. Dr. J? So heißt doch immer der J in Peetsmeet. Also liegt da gar nichts mehr, oder? Nee, es liegt gar nichts mehr. Ja, okay. Ja, kann man nichts machen. Blöd, aber. Mei. Aber das war ne Mosin mit Scope. Hätt ich sie bloß gleich geschnappt. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass die Scope auch hin war. Nachdem man den so zerschlossen hat. Und dann ist es relativ kacke. Weil dann immer alles filmen. Da muss man immer weiter... Ich bliege hier unter der Mauer durch, gell? Juri? Fuck you? Hinter dir? Und wenn der Scope hin ist, dann muss man immer so blöd zielen. Ähm. Ich... Es kann nur sein jetzt, dass er Freunde auf der anderen Seite des Airfields hat. Ja, klar. Weil der Typ war ja ein Sniper. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Gute. Und der lag da am Boden. Jaja, das wird hinhauen. Dann laufen wir jetzt erstmal ein bisschen. Der lag da einfach am Boden vor mir und schießt. Du hast ihn nicht erschossen. Ich bin da einfach weggelaufen. Was soll ich denn sonst machen? Ihn erschießen? Da ist 60 Kugeln reinhauen. Ja, wie gesagt. Ich weiß ja nicht, ob da zwei sind oder sonst was. Ich laufe den im Moment erstmal lieber mal weg. Bist du da durchgekommen durch diesen scheiß Busch? Ne, ich bin außen rum. Ich habe auch zuerst innen versucht. Oh, der Panzer hier. Das bin natürlich jetzt keinem was. Das ist der raus ist. Ja, ich bin halt beschissen. Was da, Michael? Nix. Äh. Stimmen? Waren das gerade Stimmen? Ne, war ich glaube ich eine Fliege. Okay. Aber gut, ich glaube der musste echt weglaufen wegen einem Zombie. Also ich zumindest habe wieder am Anfang so kacke geschossen. Am Ende ging es ja. Aber auf jeden Fall eine gute Aktion. Wäre er bloß liegen. Oder hätte ich einfach schnell die Mosi ihn gebracht. Ach mei, das ist doch jetzt wurscht. Wir haben einfach einen getötet, der auf uns geschossen hat. Ist auch schon mal gut. Moment, ich muss hier kurz mal sortieren. Da gebe ich hier rein. Wie kann ich die, kann ich nicht 10 Schuss nachladen? Im Magazin. Ne, musst du ganz raus tun und dann das Magazin nachladen. Ja, machen wir das mal eben. Muss ich auch gerade. Gehen wir mal gerade ein bisschen hier. Irgendwie verstecken hier in dem Busch vielleicht. Sollte reichen. Ne. Das Lustige war halt wirklich. Wir haben ja vorhin erst geredet, dass wir nie wieder eine Mosi finden. Es hätte aber so lustig gewesen. Wir hätten genau eine Mosi gefunden. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe irgendwie Munition verloren und zwar nicht zu wenig. So, das ist gar nicht die Munition, die ich brauche. Welche Munition braucht man denn für die M4? 5,56. Oh. Scheiße, ich habe dann gar keine Munition für die M4. Ich habe nur 6,2, die habe ich von denen, von denen habe ich dafür massig. Du hast gerade Munition gemacht, oder? Ja. Gut, jetzt habe ich meine Munition auch wieder. Und raus, da rein. Oh, ich habe keine M4 Munition. Gar keine mehr. Ah doch, ich habe ja die hier noch. Ja eben, die kannst du ja noch leer machen. Oder einfach umstöpseln. Ja. Ey, ich schmeiße das dreistige Mal direkt im Magazin dann weg, okay? Es nimmt nur Platz weg. Äh, ne, 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 zwei würde ich immer haben. So logisch. Wenn du Munition findest und dann nachladen kannst. Sonst kannst du ja nicht gescheit nachladen. Weil wenn du zwei Magazin hast, kannst du ja mit A nachladen, sonst nicht. Okay. Wo bist du? An der Mauer halt lange einfach weiter. Da schlägt ein Zombie ins Nichts. Wieso sollte da jemand... Da lockt sich hier jemand aus. Da lockt sich hier jemand aus. Hier liegt der M4 mit 60er Magazin. Guck mal her. Was? Ja, hier hat gerade ein Zombie in die Luft geschlagen. Ich schätz mal der... Hat sich da ausgelockt, hat die an viel da hingelegt. Wo bist denn du? An der Mauer entlang rein? Du musst rein in die Mauer? Da ist zwischendurch eine Lücke. Ja, äh, also bei dem Haus vorne. Hä? Richtung Czerno. Ja, Richtung Czerno. Ne, ne, ganz weit vor dem... Oder warte mal. Haus? Genau, ja. Haus, okay. Höhe vom Haus. Innen drin. Ja. Bin ich. Genau, dann siehst du mich jetzt. Echt? Fühl ich nicht. Was bringt denn das? Ach, da. Dann nehme ich so. Genau hier. Hier liegt die volle M4. Ey, wir haben doch echt... Ich hab mal die Optics ausgetauscht, das ist okay, oder? Die ist kaputt, aber geht trotzdem gut, siehst ja. Ist sogar vielleicht sogar fast besser, ich weiß es nicht. Das gibt's... Äh, ne, bei mir ist die komplett ganz. Ne, da sind draus... Das sind Splitter. Ne. Äh... Ach, das Ziel ist hier meinst du. Ja, ja klar. Mit der alten kann man doch wieder nichts anfangen. Ja doch, das sind Splitter, aber... Hauptsache wir lassen hier M4 rumliegen, wie blöd. Ey, ach... Du musst das Fizz gar nicht vergessen. Ja, am Grad, man. Alter, hier liegt einfach ein M4 rum. Voll equipped. Ach, das ist der Schmarrn hier wieder. Ehm, die... Warte mal, bleib... Den Magazin hast du noch vergessen in der Wafflinge. Aber du... Das kannst du nicht rausnehmen. Nicht? Ach, doch jetzt. Aber jetzt fehlt noch die Munition, die drinnen war. Ich dachte, ich hätte die hier unten schon reingezogen. Hast du 40er? Hast du die 40er Munition noch? Deswegen... Ne. Ja eben, weil jetzt fehlt die halt. Die wurde jetzt weggebugt. Aber... Ich hab gedacht, ich hab die rausgezogen. Ne, du kannst da nichts für. Da kann keiner was für. Das ist... Ja, das ist ein Bug. Du hast sie rausgezogen, in Wirklichkeit... Dann hast du sie auch erstmal rausgezogen. Aber sobald sie jemand anders wieder rauszieht, hat der sie dann. Boah, die M4 ist hier aber ganz schön gut getarnt. Ja. Zum Glück stand der ein Zombie und hat da noch draufgeschlagen. Ey, du musst dir mal vorstellen, du bist so equipt, dann geht der ein Zombie. Ja. Wahrscheinlich beim Aus, weil das ist so ein typischer Auslogpunkt. Ich dachte mir noch. Ich dachte mir echt noch so, ja vielleicht hat sich einer ausgelockt. Schau ich mich halt mal um was, ich glaube mal irgendwas umgelegt von dem. Da liegt schon eine M4. Ja, eine voll-equipped M4. Jetzt mussten wir echt schon zwei M4s rumliegen lassen. Das ist natürlich schon krass. Ey, das ist ja krass, Mann. Bist du weitergelaufen? Ja, am Zaun entlang. Also dieses Mal außen. Außen, ja. Alter. Oh, wir nehmen ja immer noch auf. Das war ja jetzt keine richtige Unterbrechung, die wir gemacht haben. Doch, hätte ich schon gesagt. Ich hab Hallo und Herzlich Willkommen gesagt. Ich hab's doch schnell reingerufen. Dass du gesagt, ah wir sind ja mit, wenn ich sage Hallo und Herzlich Willkommen. Jetzt mal du bist schon wieder vorne im Wald, oder? Ich bin im Wald oben, ja. Oh, ich seh dich. Oh, Mann. Wie sollte der andere tippt sich weg? Hätte ich jetzt auch deinen Rucksack? Hätten wir einen M4s mit Scope? Klar, die M4s wäre schon was Nettes. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das Scope da wirklich noch... Ja. Kann man ja im Replay mal... Hast du das auf Scope draufgedrückt mal? Ne, eben nicht. Achso. Aber ne, man kann's trotzdem sehen. Echt? Das sieht auch anders aus schon, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, nachdem der so zerschossen wurde. Ich hab ja nochmal extra draufgeballert, nachdem der da lag. Dass der noch, ähm... Das ist wahrscheinlich ein Rage-Grid gemacht. Aber ich versteh das nicht. Wie der da rumgelaufen ist, total. Ich auch nicht. Wahrscheinlich denkt er, wir wären ihm hinterhergelaufen und er läuft dann... Ja, aber dann war er echt. Dann hat er die Waffe auch nicht verdient. Du bist schon weiter gelaufen, oder? Ich bin hinter dir. Gerade eben machst du zumindest noch vor mich. Ich weiß es nicht. Aber Dr. J heißt doch immer dein Ding. Klar nennen sich bestimmt andere so, ne? Ja, äh... Hat da auch ein Lehrzeichen. Ich weiß nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. der sich zusammen ich sehe ich kann nicht mehr war vorweiter gelaufen bis schon mal tanke vorbei kommt zum die die man hat ein bisschen langsamer ja ich bleibe gerade stehen und bist du m was wird unser Ziel eigentlich wohl auf dem Weg wieder nicht nur Richtung Lubeck wieder weil die Tjern und Elektros hat immer das Problem ist da die ganzen Glanz und so rumhängen das sind zu zehn sind ich würde sagen wir machen jetzt eh erstmal wieder eine Pause das war noch keine Viertelstunde ja keine Ahnung ich habe immer noch das von hohen Laufen ja das passt ja ich muss ja halt nur einmal cutten zweimal aber im Moment sind es bei mir 48 Minuten ja wird schon hinhauen ja wobei stehen wir zu langsam wird ja gut dann komm ich zurück hallo 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 dann danke fürs Zuschauen wir sehen uns das nächste Mal wieder mit unseren geilen Waffen wenn ich jetzt hier auch wenn wir zum Beispiel auslocken noch Gott g g g g g g